Dieses Video wird gesponsert von OneSea Entertainment und King's Bounty 2. King's Bounty 2 ist ein rundenbasiertes RPG und im Gegensatz zum Vorgänger soll es etwas düsterer und ernster werden. Ich hatte gelesen, dass die Entwickler sich da vom Artstyle, von der unendlichen Geschichte oder auch von den Herr-de-Ringe-Filmen haben inspirieren lassen. Neu ist auf jeden Fall auch, dass man die Welt Nostria in Third Person erkundet und nicht mehr in der Iso-Perspektive. Die Kämpfe finden dann in der Iso-Perspektive rundenbasiert auf Hexfeldern statt und neben unterschiedlichen Einheitentypen, Zaubern und Kreaturen liegt da dann auch ein bisschen der Fokus auf dem Positioning der Einheiten. Beispielsweise haben Bogenschützen halt einen Vorteil, wenn die auf einer Erhöhung stehen und die Nahkämpfer nicht drankommen. Also, checkt das gerne mal aus, das erscheint am 24. August für PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Mehr Infos, beziehungsweise alle Infos, bekommt ihr auf kingsbounty2.com. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Video. Was geht ab, ihr ganz schönes Kindchen? Willkommst zurück zu eurem GTA- Geil. GOOOOOO! Da hat schon einer den Quickstart verpasst. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Ja, ich. Los geht's los, Jonathan. Ich hab doch weh gedrückt bei dem Go. Windschatten. Weh. Windschatten. P4. Da hat einer schon mal weggedreht. Oh, automatisch. Du verwandelst dich automatisch. Wie fliegt man den hoch? Automatisch verwandelt er sich. Wieso musst du hoch? Du musst ja nach vorne. Ach, man fliegt gar nicht hoch. Der macht dann automatisch. Leute, die Störung ist ja schrecklich. Kurve zu krass. Alter. Alter, ich bin den noch nie gefahren. Ich bin noch ein Drunter gefahren. Alter, guckst du auf. Was stimmt denn mit dir nicht? Ich bin noch ein Drunter gefahren. Wie die Leute hier rumfliegen. Alter, was macht ihr für die Kacke hier mit mir? Sepp, wir waren vorne. Ja, ich weiß. Aber der Wendekreis von dem ist insane. Überwältigend. Ich bin noch üfter. Ey, jetzt bin ich dran vorbeigefahren oder was? Ach, come on. Oh no. Wie kann ich jetzt wieder zurück? Ja, auf die Strecke, Jay. Welche Tasten ist das denn? Ist das nicht er? Oh, warte mal. Wer war denn hier so lost? Oh, ich raste aus. Ach, F halt. Y gedrückt halten. Ja, genau. F gedrückt halten. Oh, Jay ist weit abgeschoben. Finde ich gut. Oh, wer driftet denn da? Oh, wieso drifte ich auch ab? Wer war das denn? Wer hat mich denn da gerammt, die Sau? Das war doch mies, dass ich da weggerammt wurde. Ja, ja. Oh, da ist einer abgeprallt an dem Ding. In der Luft rammt, das ist echt fies. What? Ey, kannst du mal bitte aufhören, die mir so nah auf die Kalle zeugen? Ja, so wie du neigst. So wie du die Autos neigst. Na oben und da unten. Das stand da aber glaube ich auch gerade. What? Oh, da ist einer am Ziel fast vorbei. Das ist wie du ein Motorrad nach vorne und hinten ziehen würdest. Fliegst hoch und ohne. Also bei mir ist das Steuerung und Shift. Na oben und da unten. Achso, achso. Weil wegen... Keine Ahnung. Ahhhh. Machen wir. Nein, jetzt traf mich doch nicht du Fotze. Oh Gott. Da müssen wir jetzt wie das geht. Oh Mann. Jetzt bin ich neig. Das ist dann Steuerung. Boah geil. In der Luft dann überholt. Kriegt man in der Luft Windschatten? Wie viel schneller du einfach bist. What the fuck. Da bin ich ein richtiger Bottas gerade. Alter, hab ich ihn weggerahmt, die Sau. Ist das geil. Zwei. Was geht denn? Okay. Ich bin auf jeden Fall noch rein. Na komm schon. Gib mir Windschatten. Wir haben nicht mal erste Runde durch. Also die ist richtig lang, die Strecke. Ist so geil. Und ich habe ungefähr zwei Minuten Rückstand. Ja, was machst du denn da auch, Jonathan? Ja, Probleme haben. Was für ein Platz seid ihr so? Ich bin siebter. Vierter. Zwölfter. Vierter. Easy. Wieso kriege ich keinen Windschatten? Was? Ich glaube in der Luft ist Windschatten schwierig. Was steht das mit der Steuer? Haben wir doch auch gerade gehabt. Ja, in der Luft ist ein Spiel. Oh ja, ich kriege auch Windschatten. Ich gebe irgendwie einen Windschatten. Nein, verpiss dich. Ich würde auch Windschatten haben. Nein, daran bin ich jetzt gleich weg. Geh weg. Okay, Runde zwei sofort, oder was? Ja, ich glaube schon. Holy shit, ey. Da hinten fliegen sie rum alle. Und ich bin einfach hier noch unterwegs. Erster. Oh, nice, Bram. Bram. Bram ist wirklich krass. Alter, wir sind immer... Oh, witz, der da war schlagen. Ui, ui, ui. Oh, da hat sich einer gedreht. Jo, da hat sich einer gedreht. Der Schwarze. Oh, da hat sich einer gedreht. Warst du das, Bram? Ja, nee. Ich war der, der gedreht hat. Oh, ich habe ihn aber wieder richtig gedreht. Das Hotel is coming. Scheiße. Oh, was? Nee, Jungs. Ach, das Hotel, da fallen die Sau. Easy. Bitter. Easy. Oh, Bram ist da vorne Erster? Ja. Ja. So weit weg. Drecksau. Die kriege ich auch noch. Wo ist denn hier, weil die Stadt zieh gerade? Oh, die Wellen sind aber böse. Ja, die Wellen machen, machen Waller. Oh, 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 oh. Ich würde ja gerne euch beleidigen, hier meine Community Guys, aber... Ich glaube nur eine Runde. Bullshit. Hätte er erst so gut gemacht. Beleidige ihn mal nicht. Die sind gebeutelt genug. Ach, Rot, fick dich! Du hast ja schon Windschatten. Ich will auch mal Windschatten. Ich will auch Windschatten. Super gemacht. Komm, Bram, mach mal Fehler. Grün! Das war einfach frech. Jetzt bin ich Zweiter. Oh shit, oh shit, wird das klapp. Ich bin Fünfter, willst du mich verarschen? Ich bin Elfter. Am Platz gewonnen. Top 10 in Carmen, komm. Ach, Rot, mach mal Abgang! Oh, mega enges Rennen hier. Ja, ist krass. Ich weiß leider nicht, wer neben mir ist, aber Lila ist die ganze Zeit neben mir. Aber ich bin jetzt genau hinter dir. Ziemlich. Welchen Platz bist du denn? Vierter. Dritter. Okay. Also wir sind hier, wir sind hier zu fünft. Ah, guck mal, da sitzt du! Die ersten sechs sind direkt. Das geht ab. Oh, der ist gegen die Brücke geflogen. Was ein Noob! Oh, den überholt! Also wenn wir kurz vom Ziel nochmal Windschatten kurz hatten, hast du eine gute Chance zu geben. Oh nein! Jetzt wurde ich gedreht! Ach, fickt euch doch! Jetzt haben wir Bram echt vorne Freifahrtschein gegeben. Oh dumm! Oh Mann, was rammt ihr denn hier? Das war geil! Das war geil! Leider, weider, weider! Nein, ihr seid so dumm! Wir müssen jetzt nochmal fliegen, leider. Shit! Aber wir haben mir keinen Windschatten, glaube ich. Das ist nicht gut. Oh, der ist der Letzte! Ha! Loser! Krieg ich von dem Windschatten? Wie krieg ich denn Windschatten hier im Flug? Ja, wenn du halt genau hinter dem fliegst, ja? Oh ja, bin ich! Bin ich, komm, gib mir! Gib mir! Oh, 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 oh! Weiter, weiter! Hey, wackel mal nicht so ab, du Blauer! Lass zusammen boosten gegen Bram! Ach, jetzt booste ich irgendwen! Ja, boostet euch! Dreht euch mal da bitte alle! Haben wir gerade schon! Ja, mach mal weiter! Hey, jetzt wurde ich überholt! Ach komm, fick dich Grün! Ah, ich hab die Spielernamen nicht angemacht, oder was? Ja, nee, genau! Cool, da hinten fliegen sie alle! Ganz am Horizont! Oh Gott! Hab Bruder aufgeholt! Weiter, weiter, weiter! Wie fährt sich die Karre eigentlich gar nicht so scheiße? Ja, ich find den auch mega nice! Jetzt gib mir doch mal richtig Windschatten, Mann! Ich muss doch Bram kriegen! So muss ich mit Schubacher... Oh, grün! Grün greift an, Bram! Wie ist das Ende, oder? Grün greift an, Alter! Ja, jetzt sind noch zwei Kurven, oder so! Gib mir Boost, gib mir Boost! Komm, wenigstens noch Zweiter! Ich ramme sie weg! Ah, fuck! Ah, komm! Ups! Oh, komm! Oh, komm! Wir haben alle Windschatten! Das kann nicht sein! Oh Gott! Oh Gott! Mann! Nice, Bram! Ja, Mensch! Wuh! Erstmal anstellen, damit man die Spielannahmen sieht! Komm, ich muss doch ins Ziel kommen! Kann man grad nicht, oder? Doch, jetzt kannst du's! Durch bis zuguckst, kannst du anbauen! Dann mach ich das jetzt auch schnell! Dann nutze ich die Zeit! Oh Mann, ey! Wie dumm! Nur weil ihr da gerömpelt habt, ihr Kleinen! Alter! Ich war einfach zu krass! Oh, Jay! Was macht der denn? Ja, ich hab auch schnell nochmal die Sachen eingestellt! Achso! Wär eh letzter gewesen! Oder vorletzter! Oder was auch immer! War schon letzter! Wie null RP für die Leistung! Ah, nice! Ja, ein bisschen Eskalation hier! Easy! Mehr war halt einfach wirklich nicht drin! Da! Nicht letzter! War mega die Strecke! Alter Beste! 4-37! Jetzt wird's zerstört! Tausender Wetter auf Jay! Ich hätte mich gewinnen! Einen Punkt, oder gar keinen? Kann man auch Gegenspieler setzen? Erster! Ja! Das wär voll nice! Kannst du! Du kannst sagen, Jay verliert? Ja! Ja! Achso! So meinst du gegen dich! Ja, ja! Gegen! Du kannst auf Gegenspieler setzen! Ne, 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 ne! Auf nen Gegenspieler setzen! Sonst könntest du ja auf dich ja wetten oder kommst du mit Plus raus! Oh, das sieht gut aus! Du kannst ja auch auf dich wetten! Und den hier nicht gesetzt! Über Start! Direkt umstart! Warte, ich bin Sechster und vor mir ist nur Jay? Neuter? Oh nein, jetzt dreht mich doch nicht, ihr Foxen! Alter, wieso? Weil der Windschatten hatte. Ach Gott, ey, fickt euch! Jetzt haben die mich weggedreht. Ach, jetzt haben wir ja auch gerade, Jay. Ich bin ja gerade die ganze Zeit so scheiße gewesen. Oh, nicht so schieben hier, dass man hier runterfällt. Das wäre aber ganz schön... Oh, belastend. Okay, da sind zwei Leute, haben gerade einen Abgang gemacht. Ich glaube, die Strecke sind wir schon mal gefahren. Kann gut sein. Oh Gott! Nee, Christian, das ist ne neue. Echt? Nein, nein! Ich bin selber geschlittert! Nein! Oh, da hat sich jemand gedreht! Du hast einen runtergebullert. Ja, das war ein Unfall. Ja, das war ein Unfall, aber der ist trotzdem unten gefahren. So, jetzt nochmal hallo? Jay ist auf dem ersten Platz als ob. Na klar, jetzt weiß ich auch, wie die Steuer umgeht. Oh shit, Crossing! Oh, das war bitter. Ach du Scheiße! Ja, das käme links, rechts. Ach so, okay. Irgendwas anderes mussten wir hier noch nicht drücken, oder? Oh, ja. Gehs weg! Mann, die haben sich alle geboostet, während ich alleine gefahren bin. Ja, ist doch gut so. Ach du Scheiße. Pisst euch! Oh, hier wird's nicht erwarten! Bram! Gönn mal Windschatten! Jaaaa! Bram, gönn mal Windschatten! Jaaaa! Da komme ich! Wer ist denn hier der Gelbe? Oh, ich fiel zu schnell in der Kurve! Alter, wieder nach vorne gekämpft hier, nach dem Scheiß! Seh ich gar nicht, Alter! Oh, oh! Wir müssen jetzt erstmal gucken! Oh nein, jetzt! Gönn mal keinen Windschatten! Da rechts! Oh Gott! Oh Gott! Was tut der?! Oh, da hat jemand aber richtig gecrashed hier in der Mitte! Oh, das war Christian! Ja! Laser Moneyman! Noooo! Oh Gott! Ah, ist runter geflogen! Nice! Laser Moneyman, Dankeschön! Das war ja richtig scheiße! Bist du hinter mir gewesen, ne? Mann, du Bremse! Gib Gas! Ey, Bremse ist doch gut! Du bist kurz vor Ziel, musst du zweiter bleiben. Ja! Dann nimmst du Windschatten und gewinnst. Genau! Easy! Aber die, wie die sich hier wegbumsen. Sechs. 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 Scheiße. Ach komm, hier ist doch Windschatten für mich drin, oder? Wie sie alle miteinander fahren und sich buchten. Ersöhnliche Bestleistung. Oh, was für fiese Miese. Mit runterfallen, möchte ich mal kurz sagen. Oh, da ist Jay bei. Na klar bin ich dabei, was denkst du denn? Jetzt bin ich auch gleich dabei. Yes, den Roten getaket. Die erste Runde war ja auch mit Start. Nein! Oh Mann! Oh, danke schön für den Bums. So, bitte jetzt nicht wieder in der Mitte komplett. Ja. Okay. Oh, yes, 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 yes. Orange, gib mir Windschatten. Tschüss. Ich hätte bremsen müssen. Yes. Dritter. Alter, wie krass. Vom Letzter auf den Dritten. Ich raff's nicht. Oh, Jay ist Erster hier vorne. Den müssen wir einfach nur taken hier. Komm, Jay, gönn mal Windschatten. Ja, Jay gönnt Windschatten. Wuhu! Scheiße! Ja, fahr du mal Erster. Schauen wir gleich vor der Strecke. Vom Letzter auf den Ersten. Wie viele Runden sind wir denn jetzt gerade? Ach komm Jay, jetzt deine Mutter. Jawoll, neue persönliche Bestleistung. Oh, Jay. Ach, schade. Ich dachte, ich kann nicht raus rumziehen. Oh Gott! Warum? Nee, ich bin schon rausgezogen. Nee, Jay. Ich hab's dir in Ahnung gebracht. Scheiße. Selber Schuld, Jay. Nein! Das tut mir so leid. Das tut mir so leid. Scheiße. Wer spielen will, der hat das auch nicht mal verdient. Wir haben so gut zusammengespielt da vorne. Welser money man, wir machen das. Komm. Wir machen jetzt hier ein Duo. Wie würdest du gehen, dass ich am abwusten sind, Junge? Mann! Fuck you! Oh! Oh! Oh, wo kommt ein Mathio? Ah, easy. Mathio her! Nee, rot! Mach mal abg... Oh! Ihr Lappen! Oh, sorry. Ähm. Wo steht denn jetzt die scheiß Runde, wenn ich über das Start... Oh, 5 von 6! Okay. Oh, déjà vu! Déjà vu! Oh! Das ist doch nicht wahr! Jawoll! Man, jetzt hab ich kein Blut. Kann ich denn wieder Elfter sein? Ich war doch eben... Oh, war! Na, da kann ich ja den Windstands Augen. Ja, ja. Laser money man, wir machen das zusammen. Wir sind im Team. Und dann betreue ich dich am Ende. Aber das weißt du jetzt noch nicht. Außer die Rakete... Oh! Crash, crash, crash! Oh nein, 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 ihr Ficker! Ja! Oh mein Gott, sie haben mich gebumst. Richtig so. Oh mein Gott, Zehnter? Ach komm, ey. Oh ja! War's das wert? Ups! Raketeuhr? War's das wert? Du hast doch gerade gesagt, du bist ja am Ende betrayen. Ja, nee, aber den anderen! Surprise Pikachu plötzlich! Den anderen! Ich bin erster Jux! Wie ist das denn passiert? Oh, mit Windschatten ist krass! Mit Windschatten ist krass! Mit Windschatten ist krass! Das ist doch alles belastend hier, ey! Oh, cool! Hey, Christian! Was geht ab? Ja, ich hab mal... Ich war auch kurz schwimmen! Brauchst du nur kurz abgehoben? Ey, ich krieg hier keinen Windschatten die ganze Runde! Das ist so ein Kotzen! Wenn du... Wenn du... Wenn du ein bisschen wades... Krieg ich Windschatten von dir! Sorry Rot! Ja, sorry Rot sagt! Er hat den einfach abgeschossen! Schaßen! Abrakete! Abgeschossen! Oh, Acht da! Alter! Boost! 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 Das darf nicht wahr sein, ey. Boah, wieder Zwölfter, ey. Geil. Hast du auf dich gewettet, dass du gewinnst, Jonathan? Aber ich hab auf mich gewettet. Oh, das ist stark, Bram. Ich glaube, alles, was alle anderen gewettet haben, oder? Wettgewinne. 3200. Okay, das ist stark. Das war nice. Boah, ich will auch noch besser ohne wie Auge fahren, Alter. Alter, Bram ist insane. Das wird speziell, ja. Ach komm, ey, ich starte auch als Letzter. Das macht aber nichts, dann bist du weggerammt. Du bist ja auch Letzter, Jonathan. Ja, ich finde, da kriegt man auch Poolposition. Ich stehe in der Startreihe. Mal gucken, wie das auskommt. Erste Startreihe. Oh, Alter, sind die direkt. Shit. Warte, wir sind durchsichtig? Wir sind durchsichtig anscheinend. Wir können das nicht rammen. Jetzt! Nein! Oh Gott, sind die... Ich komm doch nochmal hinterher, ne? Sind die anfällig? Warum? Warum, Schwarz? Warum? Da kriegst du doch Kopfschmerzen bei. Nein! Das ist saura. Aua! Alter, ich krieg Tickel gar nicht raus, klar. Das ist geil. Aaaaaaah! Nein! So werde ich gefickt. Jetzt ist saugeil. Jetzt ist saugeil. Allein! Wo kommt ihr, Alter? Wir fahren alle quer. Alter! Das ist richtig wild. Mann, dreh dich doch nicht, du scheiß Karre! Wer ist denn da in den Laden eingefahren? Oh! Oh! Au! Ja! Voll ins... Wahrscheinlich. Ei, ei, ei! Eine Mega-Rampe jetzt hier! Oh! Der Jump! Nice! Ey! Dreh dich doch nicht so schnell! Oh! Richtig Punkte, gut gemacht! Vierter wieder. Wie viele Runden fahren wir? Äh... Drei. Let's go, drei. Zum richtigen Auto. Oh, warte mal! Rechts! Oh Gott! Aaaaaah! Ich hab mich gedreht! Oh shit, der Jump, der war scheiße. Haben wir gehalten. Bist du wieder erster Bram? Aaaaaah! Dreh dich doch nicht immer, du scheiß Karre! Vierter gerade. Ach komm, rat mich doch nicht, ihr Pesser! Ey, ist das zum Kotzen. Alter. Die Steuerung ist so lustig. Das ist komplett random, ob du irgendwo reinkneißt oder nicht. Nach jedem Sprung dreht sich diese scheiß Oma Karre. Du darfst dich so hart lenken. Was heißt denn? Und dann sag ich schon, ich spiel mit Tastatur. Also... Ja, ich spiel auch mit Tastatur. Ja, da musst du echt aufpassen. Ey! Boah, jetzt bremst der einfach vor meiner Nase, ey. Ja, machen wir. Sieht alles gut aus. Alter, kotze. Zwölfter wieder. Ich bin immer zwölfter. Ist doch scheiße. Beste Taktiker ist vor mir. Mattia Binotto. Mattia Binotto. Mattia Binotto. Dann ist wahrscheinlich der Ferrari Strategist aus gestern. Nein! Oh, da war ein Hubbel. Was mit der Jay? Also selbst wenn du so diese alten... Oh, er fährt ne Krücke vor mir. Diese alten Schumacher Compilations guckst, weißt du, Binotto da schon... Also die, die hupeln da ja alle schon mit rum. Das ist echt krass. Aha! Lappen! Als ob Jay wieder erster, äh Bram wieder erster ist. Ah, nein! Ich bin abgeprallt. Aber ich arbeite gerade am zweiten. Okay. Fertig gearbeitet. Bin vierter. Oh, kommt zehnter. Da geht noch was. Okay, den haben wir ein bisschen rausgebummst. Zack, neunter. Oh, leu. Ist der Jay hier, der gelbe? Find mir mal Windschatten grün. Oh, da kommt man hier. Binotto. Binotto! Nein! Geiles, hygienisches... Wie so'n Flummi durch die Gegend. Ach komm ey, warum dieser blöde Kacksprung? Oh, fährst du auch die ganze Zeit links, rechts, Sepp. Fahre einfach geradeaus. Ja, nee, die Steuerung ist halt sick. Die Sager macht uns jetzt richtig Windschatten. Nee, ich geb dir einfach nur Windschatten. Scheiße. Aber der bringt hier irgendwie nicht so viel. Nee, irgendwie nicht. Besser, du gehst links, ne? Wo kommen die anderen denn hier? Oh Gott, wo kommen die anderen? Ach, fick euch! Warum orange? Warum orange? Warum orange? Der hat halt... Ich glaub, der war ein bisschen schneller als wir. Warte, der hat uns alle weggefickt da. Das ist so'n Witz, ey. Das ist so'n Witz. Ich lasse, GTA gerade ne 10 von 10. Was bist du denn, Jay? Oh, guck mal, das Wetter ist schön, weißt du. Das ist unfassbar, ey. Da fand ich das Rennen vorher schrecklicher. Mich füttert ja auch ganz entspannt. Ach komm, jetzt werd ich hier wieder weggefickt. Jetzt bin ich letzter, wow. Oh, Vorsicht, da kommt eine Adelingskurve. Das hab ich aber auch verdient hier. Eieieieiei. Ey, Junge! Ach komm! Ja, wieso müssen die uns immer wegrennen hier? Komm schon, vielleicht wär ich noch Dritter. Ram, kämpf für uns! Muss das machen. Was?! Oh, Jay ist gegen den Stieg. Jay ist gegen den Stieg. Dein Auto war zu hoch. Der ist stecken geblieben in dem Scheißhaus, ey! Das ist echt'n Witz! In dem Scheißhaus? Ich kotze! Das ist doof. Oh. Hallo! Mal kurz hier. Das ist nicht normal! Das ist nicht normal! Das ist nicht normal! Wieso dreh ich mich denn hier immer? Das ist doch scheiße! Naja, immerhin Träpfchen! Ach, ey! Dieses Spiel bricht mich heute so sehr! Warum denn? Das ist nicht normal! Das kann nicht! Ist das schön! Ich fand das auch gut! Top 10! Jaaa! Das war geil! Ich glaube zwei Rennen haben wir noch, oder? Boah, ist das schlimm! So! Guck mal, 10er! Top 10 noch geschafft! Der zählt hier! Das war nice! Boah, ist das schlecht! Große Finale! Jaaa! Oh, nice! Eieieieieiei! Oh, ein Erfahrungspunkt! Das ist aber insane! Nee, JP! Was ist denn JP? Glückwunsch! Lukas! Zeig dir, der hat seinen dicken Ficker, ey! Lukas! Die geile Schütte! Das war geil! Ey, komm! Wir da! Ich bin so gut gefannt! Diese eine Kurve! Dann bleibt der da unter den Pixeln! Ja, bist... Bisschen zu hoch gewesen mit dem kleinen... Mit dem kleinen Hauderchen! Boah, der bleibt halt einfach... Einfach da drunter kleben! Der... Der treibt nicht ab! Nein! Der bleibt einfach drunter hängen! Boah! Wie so ne... Wand! Ich bin sehr patriotisch! Jetzt spiel ich wieder mit einer anderen... Spiel ich mit der... Was spielst du? Mit Controller... Jetzt spiel ich mit der... Controller-Steuerung! Ah! Jetzt kenn ich wahrscheinlich wieder den nächsten... Text nicht! Text... Tasten! Ist das nicht immer irgendwie die... Gleiche Taste zum Auslösen? Ich glaub auch! Ja, aber ich spiel jetzt mit Controller... Ja, aber was ist denn die Taste auf dem Controller zum Abspringen? Weißt das jemand? Ich fahr nie mit Controller-Kanal... Ja, das ist auch Quickstart! Wie mach ich das? Äh... Jetzt Gas geben! Oh shit! Hab ich verkackt! Hä? Warum? Los geht's los! Ah! Was war das denn? Oh shit! Ah! Hui! Fallen! Oh nice! Hallo! Alter! Das hat voll geboostet mit dem Fallschirm! Alles scheiße! Nein! Direkt ein Ding abbekommen, ey! Nein! Oha! 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 Nein! Doch nicht drehen! Ach kommschen! Was soll das denn?! Alter, nice! Alter, was war so knapp! Du kannst zwischendurch halt immer mal wieder springen und den Fallschirm benutzen, ne? Ja! Ist der Fallschirm schneller als fahren? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Aber gerade das Fallen... Nee, Fallschirm ist nicht schneller! Fallschirm bremst dich! Oh, aber hier ist ne Hürde! Da brauchst du denn auf jeden Fall den Sprung! Aua! 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 Ich bin geflippt! Was? Ich wurde geflippt! Oh nein! Ich hab die falsche Taste! Ja, Christian, wir wurden geflippt! Das ist richtig scheiße! Oh, Bram, geschafft das nicht! Ich war einfach unfähig! Ich bin umgefallen! Wie soll das denn gehen?! Ich hab die falsche Taste gedrückt! Ich hab nach vorne anstatt nach hinten gedreht! Oh, Jay, was machst du denn? Er ist echt so zu weinen! Er ist echt so zu weinen! Oh Gott! Der wäre fast runtergefallen von der Plattform! Ich hab zu früh gemacht! Komm schon! Ah, es war easy! Wusste genauer, wie das passt! Mann! Was macht denn Jonathan da? Ach, Schnauze, Sepp! Ja, ich will denn wissen, was bei dir passiert! Nee, ich erzähl dir das nicht! Guck den Stream an! Nee, ich guck mir lieber das Video an! Okay, hier muss man boosten! Wuuu! Was war denn das für ne Aktion da gerade? Hab ich genau mitbekommen! Ja, Mist ist halt so ein Bastard! Oh shit! Oh shit! Easy! Wie springt der denn?! E! 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 Was macht der Junge denn da? Ich freu ihn so sehr! Finde das gut? Was ist los? Ich werd verrückt in dem Spiel heute! Okay, wir müssen den Stream gleich leider abbrechen. Das heilt durch! Wir haben Jay verloren! Jay exist doch! Ich bin so gebrochen! Das sind aber Freundenträder! Und keinem Verzweiflungstrainer, obwohl ich 50 bin! Oh shit, oh shit, oh shit! Der war nicht gut! Luca, du hast es gut gemacht! Fairplay! Es ist so gut, dass wir mal wieder ein Rennen gefahren sind, ne? Boah, ich glaub auch! Mir ist so schlecht! Ahhhh! Sind wir gegen sowas eigentlich versichert? Der Stickung am Arbeitsplatz? Vor Lachen? Ich weiß nicht! Das ist eigentlich ein eigenes Risiko! Oder müssen wir jetzt die Polizei neben den Krankenwagen schon rufen? Die Glanzleistung des Monats ist auf jeden Fall an meiner Stelle! Die kann mir keiner mehr klauen! Das ist meins! Wenigstens irgendwas gewinne ich heute! Wärtsgeil und im Westdorf kommt ne andere Glanzleistung! Das wär nice! Da warst du auch keine Glanzleistung, ne? Fail des Monats! Du bist gesprungen, oder? Kann man dir eigentlich abkürzeln? Ne, kann man nicht! In dieser Runde bin ich eigentlich schon an der ersten Runde! Ne, okay! Oh shit, Lukas! Mann, scheiße! Hab ich deinen Windschatten nicht gekürzt! Jawoll, nicht mehr Vorletzter! Bram ist auch hinten! Wie viele Runden muss ich mir den Scheiß hier jetzt noch an? Ich glaub zwei! Ich glaub zwei, wir sind gleich im Ziel! Okay! Oh Gott, die Horrorkurve hier! Oh, hier haben sich welche gebumst! Nice! Yes, Sir! Vierter! Yes! Nein, 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 nein! Du kriegst jetzt nicht noch Windschatten! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Der macht so Mist, weil ich bin nur zwei Plätze vor dem! Ja, aber dafür bist du halt ne Runde vor mir! Deine Mutter! Ich hab immer noch die Tränen auf der Backe! Ach komm, fickt euch doch! Das Rennen ist schon vorbei bei euch! Ja, natürlich! Wir waren im Ziel! Ja! Ich fall noch! Entspannt hoch! Ey! Du fährst ein bisschen Zeit abgelaufen! Da ist Jay! Nice! Du bist jetzt erst in dem offenen Lund! Du bist nicht letzter! Was? Ja! Schaff ich das noch ein bisschen zu viel? Komm mit geilen Frontflip jetzt hier! Oh! Nice Jay! Oh! Schön stehen geblieben! Nice! Was stark! 25 RP hab ich dafür bekommen! Alter! Keiner! Schade! Alter Vater! Ach, das war herrlich! Das war schön! Alter! Ich bin so gebrochen! Ich bin so gebrochen! Oh! 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 Das war das! Oh! 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 Das war der Punktstand! Ich glaube Bram hat von uns zumindest gewonnen! Aber jetzt war ich auch noch, fand ich die Strecke auch noch blöd! Nein! Nein! Zweiter! Oh Mann ey! Ah! Trotzdem Bram geht's set! Ja! Danke! Stark! Und Ceran auch! Dann vielen, vielen Dank für Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! Haut rein! Haut rein! Tschüss! Ciao!